wunderschönen guten morgen der buchhändler ist heute in der stadt ja zu dem schauen wir dann auch gleich noch verschwunden ich habe mein lieblings axt verloren wenn du sie findest bring sie sofort zurück ich habe eine ganz schön schwere zeit ohne sie wie auch immer sie finde bekommt 200 e finderlohn ja und wo soll ich die das letzte mal anscheinend auf manis ranch benutzt okay ja machen wir dann gleich zuerst diesmal hier wieder alles ich brauche unbedingt springt und den sammeln muss ich heute noch kaufen und kratten sind fertig grüne bohnen habe ich wieder nicht lesen können was habe ich welche neue herstellungsrezepte oder was er ist neu kupferbarren ja ein pflasterstein pfad okay schotterpfad ja ich müsste mal schauen ob irgendwo mal kochen könnte oder so wird es hier wahrscheinlich auch geben das heißt ich brauche karottensamen und pastinakensamen okay pass auf die kommen rein 135 135 105 was okay ich bin aber jetzt auch neben her noch auf der suche nach einem lübenzahn und dann schauen wir mal wo der buchhändler ist und der ranch müssen wir noch runter wegen der axt okay ist ein auftrag irgendwas da ja gesucht schleimiger grünen schleim in der örtlichen mine ja nehmt an da habe ich wahrscheinlich auch wieder zwei tage er und wo ist der buchhändler läuft er einfach irgendwo herum oder wo sollte er sein sehe ich denn irgendwie macht sie ist er anders wie die anderen bewohner warte ich schaue jetzt erst mal oder sehe ich denn auf der map ne auf der map sehe ich ihn nicht ah war schon angezeichnet hab schon also ich muss eh samen kaufen karotten und pastinaken brauche ich karottensamen habe ich aber noch welche zu hause hier kaufe ich mal acht stück und wir hatten zwölf pastinaken äh zwölf karotten ach so karotten gibt es jetzt gar nicht dann würde ich tatsächlich einmal hier und ne zu essen habe ich genug ich gebe die jetzt alle her dann haben wir wenigstens ein bisschen geld die muss ich anpflanzen die lasse ich zum essen und dann schau mal zum buchhändler oder bücherhändler weiß aber nicht genau wo soll denn der sein er war jetzt hier aber angezeigt ok ah guck an da oben ist ja ähm bitte was ja ok aber sorry ich hab das geld nicht ach so deshalb der ballon weil er mit dem ballon kommt ok gut gut zu wissen so wir ich hätte verschenken können egal wir gehen jetzt zur ranch runter genau das müssen wir noch machen wegen der axt sind auch wieder 250 das lasse ich mir nicht entgehen pfui es stinkt warum ist sie verschlossen ich will die kanalisation erkunden ich denke gunter hat den schlüssel ich habe mal einen großen alten rostigen schlüssel aus seiner tasche fallen sehen in einer gruseligen kanallucke wie diese kann nur ein großer alter rostiger schlüssel passen und Irgendetwas darin bewegt sich. Okay, was auch immer es war, es hat nicht gerade toll geklungen, sondern da müsste jetzt irgendwo eine Axt liegen. Aber das ist halt ein Geräusch, das hört man jetzt schon immer wieder. Also auch am Ruf höre ich das manchmal. Ähm, wo soll hier eine Axt liegen? Da ist ein Löwenzahn, ich hab's gewusst. Ist hier drüben? Ne, das sind normale Sachen, okay. Soll die einfach so herumliegen? Robin hat ihre Lieblingsachs verloren. Das letzte Mal, als sie sie anscheinend auf Marnis Ranch benutzt, um Holz zu hacken. Hier ist ja Marnis Ranch. Jetzt schaue ich, ob ich da irgendwo sonst noch hinkomme. Vielleicht hier nach hinten geht... Ne, da ist verschlossen. Oder muss ich selber irgendwas... Steht halt auf ihrer Ranch. Ja, hallo? Da klopft jemand. Hast du das gehört? Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Es gibt wirklich eine Menge Wildpflanzen in diesem Gebiet, wenn du weißt, wo man suchen muss. Ich sehe hier aber nirgends wo eine Axt liegen. Okay, dass ich vielleicht mit dem Ding reden müsste. Oder hier drüben. Okay, dann bin ich wieder ganz unten. Der Fünf Arten darf eintreten. Ah, hier liegt sie. Ich habe sie gefunden. Du hast etwas gefunden. Verlorene Axt. Robin sucht sich ja danach. Okay, das heißt, ich muss eh zu ihr hoch. Beziehungsweise wenn ich in die Höhle gehe, müsste ich eigentlich bei ihr direkt vorbeigehen. So, okay. Dann könnte ich im Grunde genommen hier auch schnell noch rein den Löwenzahn abgeben. Gott sei Dank habe ich den noch. Jetzt dachte ich schon, wo ist denn der hin? Weil ich wäre gespannt, was da jetzt passiert, wenn wir das abgeben. Bündel komplett. Belohnung Brückenreparatur. Und Frühlingssaat haben wir gekriegt. Ähm, was? Oh, 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 okay. Ich schalte jetzt noch mehr Sachen frei. Was? Und Tomate. Okay, das habe ich alles nicht. Aber was? Tiere. Nutzpflanzen. Habe ich auch alles noch nicht. Hier die Pastinaken. Bohnen. Nee, ich habe die gerade verkauft. Kohle und Kartoffeln. Und da brauche ich Goldene. Was? Okay, und was brauchen wir hier? Fische. Bündel Deichfische. Nachtfische. Bündel Deichfische. Bündel Deichfische. Knappenreuse. Spezialfische. Ozeanfische. Okay. Das wird jetzt eine Menge. Okay, das mit der Höhle wird wahrscheinlich nichts. Ich habe keinen Platz in meinem Inventar. Also, da muss ich hier drüben hoch. Und es wird eh schon zu spät. Da ist mir lieber, wir machen zu Hause noch ein bisschen was weiter. Und gehen dann morgen in die Höhle. So, das müsste sie sein. Finde Rob... Ich habe Robins verloren erhakt. Ey, du hast meine Axt gefunden. Was für eine Erleichterung. Ich habe mir fast den Tee mit der anderen abgeschlagen. Danke dir. Bitte gern. So, was ist das noch? Grüne Schleim. Oh, ich müsste ja fast rein. Aber ich habe keinen Platz in meinem Inventar. Na gut, 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 gut. Dann, wenn das so ist... Selbst den kann ich nicht mitnehmen. Dann, gehen wir mal heim. Ne. Da ist auch noch so ein Lauch. So. Dann pflanzen wir hier die Sachen an. Und hier kommt Frühlingssart. Eine Auswahl verschiedener wilde Frühlingssarten. Da wäre es eigentlich eher fast am besten... Ah, da hinten ist was. Wenn ich eigentlich so gut wie alles anpflanze. Oder nicht? Tormaliges poresIF provided. Und hier ist es sehr gut. Ich bin nighttime zuld. ay. Da ist die Frage. Ich binINTENDER. Evidenceendet. Und wenn ich? Das ist nichts goodbye. Es ist toll, oder? Oder ist das? Ich bin遊уди. Dankeschön. Ich bin unbelievably weiter Dirig. Und dabei war. Ich binriagefrau. Ich binFreund. Ich bin такая online. und dann habe ich noch vier stück was ich habe jetzt einfach mal alles angepflanzt so das haben wir über okay ich werde die auch verkaufen mit der brauche ich noch nicht wirklich was nein fräulein du sollst hier ich sehe nichts es ist so dunkel muss hier noch durch gießen ist leer okay ist schwer was zu sehen ich glaube dann habe ich hier alles und dann die hier noch okay das heißt das kann rein und dann verkaufe ich jetzt obwohl ich brauche morgen noch was karotten vier stück jetzt haben wir schon ein riesiges feld eigentlich aber passt ihr wir brauchen jedes geld so ok den rest machen wir morgen es ist zeit fürs bett ich sage dankeschön gute nacht und bis morgen level up ruf arbeit stufe 2 plus 1 gießkannen effektivität plus 1 hacken effektivität neues herstellungsrezept eine stein ein steinzaun neues herstellungsrezept mayonaise maschine ich habe doch noch nicht mal irgendwas und spring klar ok wir sehen uns morgen wieder wir schauen uns zusammen vielen dank und bis dann und dann und dann